Ich wollte es so machen, dass ich kurz über das Manuskript rede und über die Publikation von dem Briefwechsel von Arthur und Engels und dann nachher über den Briefwechsel oder die Diskussion zwischen Arthur und Engels über die letzten fünf Lebensjahre von Friedrich und Engels. Es ist so, dass der Briefwechsel, soweit Sie wissen, auf jeden Fall fing 1889 an, da steht Engels zum ersten Mal am Hartmann. Dann hat sich das nach und nach entwickelt. Es kam daraus heraus, dass auch die Luise Krautsky, die ja Wienerin war, die Hausdame von Engels wurde und auch als Sekretärin für ihn erarbeitet und da eine ganze Reihe Briefe von hier an einfach umhin und her gegangen sind. Leider sind von diesen Briefen überhaupt keine überliefert. Ich weiß nicht genau warum. Es kann verschiedene Gründe geben, dass die, also erstens, dass hat die Polizei wohl auch oder irgendwo hat die Polizei es, hat eingegriffen und hat beschlagnahmt, Briefe beschlagnahmt. Unterwegs sind sie nie angekommen und das zum Teil bei, gerade bei einigen sehr wichtigen Briefen, wo es eine Rolle spielte, dass die auch ankamen. Als die Arbeiterzeitung eine Tageszeitung werden sollte, hat Engels 5000 Gulden der Zeitung geliehen und dieses Angebot ist nie nach Wien gekommen. Und daher, also daher wissen wir auch, dass es überhaupt solche Briefe gegeben hat. Also leider ist der Briefwechsel von Luise Kautzke nicht vorhanden, weil da könnte sich ziemlich viel Wichtiges drin stehen. Gut. Victor Adler hat dann 1900, irgendwann mal 1910 herum, darum gebeten, dass ihm die Briefe, seine Briefe an Engels ausgeliefert werden würden. Und Bebel, der ja der Exekutor des engelsischen Nachlasses war, hat ja auch den größeren Teil gesammelt und dann überschickt. Aber es sind immer noch gut 19 Briefe vorhanden gewesen, die nicht nach Wien gekommen sind, sondern in Marksengels nach Rassigen gehen. 1921 hat Friedrich Adler angefangen, diese Briefe zu publizieren, erst in der Arbeiterzeitung, dann 1922, als diese Reihe, die Reden und Schriften von Victor Adler erschienen, oder angefangen wurden herausgegeben, war der erste Band dem Verhältnis von Adler zu Engels gewidmet. Und er hat die damals ihm vorliegenden Briefe veröffentlicht, in einem Band. Dann hat er im Laufe der 20er Jahre, ist er in Berlin gewesen, hat dort die noch weiteren Briefe gefunden und abgeschrieben gehabt. Es geht daraus davor, dass er die Quellenangaben hat angeführt, dass es im Berliner Archiv der Soziale Mutter liegt. Und heute sind diese Briefe natürlich alle mit, natürlich sind diese Briefe mit dem übrigen Marx-Engels-Nachlass der 1930er Jahre nach Amsterdam verkauft wurde von der SPD, sind die dort in Amsterdam im Internationalen Institut für Sozialgeschichte. Der ganze Marx-Engels-Nachlass ist ja illegal aus dem Deutschen Reich nach 1930 herausgebracht worden. Über Dänemark, also über die deutsch-dänische Grenze, da aus der Gegend, wo ich herkomme, ich habe aber nichts damit zu tun gehabt, sind die dann nach Kopenhagen gekommen. Einige Sachen sind möglicherweise unterwegs auch gestohlen worden von einem Stadtsteller. Man weiß das nicht so genau, man kann nichts nachweisen. Diese Briefe sind aber weitgehend aufgetaucht auf verschiedene antiquarischen Auktionen und so, was er hat da einen kleinen Rückhalt gehabt. Gut, er hat, Friedrich Adler hat dann, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er angefangen, den Briefwechsel seines Vaters herauszugeben. Es gibt da einen sehr dicken Band mit Briefwechsel zwischen Adler und Bebel und Kautsky und 1029 weiteren deutschen Sozialdemokraten. Und dann anschließend wollte er, Friedrich Adler hatte die Absicht, nochmal den Briefwechsel, der jetzt ergänzt war, herauszugeben. Das Manuskript ist fertig geworden, lag 1953 vor. Und warum das nicht erschienen ist, das ist mir und klar, ich habe nichts gefunden, warum das nicht erschienen ist. Das Manuskript war dann mit dem Gesamt Nachlass, dem Adlernachlass, der während des Krieges eine etwas merkwürdige, oder nach 1938 ein merkwürdiges Schicksal gehabt hat. Es wurde erst nach Zürich verlagert, dann teilweise nach Amsterdam und von Amsterdam in ein geheimen Lager gebracht, teils in Frankreich, teils in England. Und nach 1945 tauchte dieses ganze Material auf, wurde nach Amsterdam überführt, und lag dort erst, bis Friedrich Adler dann vom Gebeten hat, es zurückzubekommen, weil er vorhatte, mir auch eine Geschichte der Österreichischen Partei zu schreiben und verschiedene andere Sachen. Und hat da dann einen größeren Teil des Materials zurückbekommen. Ein Teil ist da auch in Amsterdam geblieben. Und das ist ja immer so, dass ein Teil des Nachlags des Adlachs liegt in Amsterdam, und der größere Teil ist hier. Und da ist das auch, dass dieses Manuskript lag davor und das ist der VGA, also der Verein für Geschichte der Arbeiterbriefe, man hatte jetzt in diesem Herbst, vor dem Herbst, sein 50-jähriges Jubiläum und hat aus diesem Anlass Briefwechsel herausgegeben. Es sind insgesamt etwa 70 Briefe von beiden Seiten. In diesem Band sind zum ersten Mal einige Briefe von Victor Arter neu, also zum ersten Mal veröffentlicht worden. Eine Reihe von acht Briefen sind vollständig veröffentlicht worden, weil der Friedrich Adler 1922 gekürzt hat, in den Briefen. Das waren vor allem Stellen, die seine Mutter betrafen. Der Hammer Adler war, gerade in den Jahren, als der Briefwechsel vor sich ging, also 1890 bis 95, lebt sie unter einer Krankheit, einer Nervenkrankheit. Es war eine sehr schwierige Zeit für sie und natürlich auch für Victor Arter. Und diese Sachen hat er, Victor Arter hat das auch berichtet, was war und was nicht war und deswegen hat wirklich Arter diese Sachen gekürzt, die sind jetzt auch hier drin. Ich habe einen Punktgefühl. Untertitelung des ZDF, 2020